Willkommen in FNs 23 Breaking Point und es geht in Volume 2, die Story zwischen Kaspar Ackermann und Aiden Jackson geht ins nächste Volume, aber natürlich mit Devin Butler ein, der immer wieder Pfeffer dazu bringt. Wir gehen hier mal rein, anspruchsvoll und starten das Ganze. Ja, hier haben wir den Rückblick, was bisher geschah. Aiden, jetzt steht das erste Formel 1 Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das für mich wie ein kleines Kind. Ich seh mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Wow, natürlich die absoluten Goats der aktuellen Ära. Oh ja, da gab es wirklich einiges an Konfrontation. Hier natürlich Mexiko, der Höhepunkt mit dem Worst Case. Und du natürlich immer wieder Devin Butler und der wird jetzt unser Teamkollege, das wird echt Hardcore werden. Ach du Kacke. Gott sei Dank hat sich hier das alles nachher geklärt. Grand Prix von Miami nach einigen Rennen in der 2022er Season. Also das ist wieder, das ist übergreifend. Ach, das ist Connorsport Racing. Wenn Sie das erste Mal den Wagen sehen, Ihren Wagen, mit Ihrem Branding, Ihrem Namen drauf, vor einem offiziellen Rennen, und dann neben Ferrari, McLaren und Mercedes, das ist schon unwerfend. Das klingt, als hätten Sie sich einen Traum erfüllt. Schön wär's. Hm. Wann wurde Ihnen zum ersten Mal klar, was bei Connorsport auf Sie zukommen würde? In der Saison 2022. Gleich von Anfang an. Dass die Fahrer aneinander geraten würden, war ein kalkuliertes Risiko. Aber der Wagen, da gab es echt Probleme. Uh, los geht's hier. Ich bin ein bisschen hyped. Was steht an? Oh, los geht's. Was ist unsere erste Challenge? Primär. Schließe das Rennen ab. Okay. Das heißt, wir müssen... Cool. Gucken wir mal, was da drin ist. Okay, das sollte jetzt nicht allzu schwierig werden. Das ist Yuki-Tsun, oder? Und ich glaub, das ist... Ja, schaffbar. Schließe das Rennen ab. Okay. Wo müssen wir enden? Okay. Aber es gibt kein Ziel. Das ist gut. Warum ist es nicht so schnell? Ach so. Ja, die Überholtaße. Boah, das stehen wir an auf 340. What the fuck? Was ist das bitte? Wie schnell wir hier sind aus den Kurven raus. Halleluja, ist das Auto schnell. Das ist der neue 1. Martin hier. Das ist der 11. Platz. Ich glaub, Punkte sind auf jeden Fall drin. Ist nicht mein Set, aber auf jeden Fall. Valtteri ist von uns und auch Nori. Und wenn wir die beiden holen, ist das bereits der... Also nein, jetzt mal mit Nori ist... Wir fahren auf Schwierigkeit ausgewogen, also das mittlere. Normal, glaub ich. Das ist krass, wenn dieser Connorsport... Wenn wir mit Connorsport einfach den Heckflügel aufmachen... Es ist krass, wirklich. Ich hoffe halt, dass wir nicht auf der Geraden wieder gesmigt werden. Das wäre natürlich jetzt der absolute Worst Case. Purple im zweiten Sektor, das ist gut. Und da unten... Es ist krass, guckt euch das mal an. Aber mir fehlt auf jeden Fall auf, dass die Autos auf den Straits... Guck dich das mal an. Was ist denn los mit diesem Connorsport-Auto? Oh, da war schon Pia Gasl in der Box. So, das ist jetzt schon der 6. Platz. Wann gehen wir in die Box rein? Ich hoffe, das sagt uns... ...der Teammanager. Aber ich muss sagen, sie haben leider einen kleinen Fehler gemacht. Das Handling ist leider nicht mehr das von Formel 1... ...21, also... Ah, von Formel 1,22. Man hat dann wirklich einfach stur das jetzige Handling schon genommen. Und leider dann nicht mehr das neue Handling. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt hier am Windschatten. Das ist krass, dieses Speed. Oh, da hat sich verbremst. Noch mal... Äh, warum raucht er so? Kommt da etwa ein Motorschaden? Weiß der Orme. Halleluja. Wir gehen jetzt in die Box rein. Die Reifen rutschen schon ordentlich herum. Ja, obwohl es geht noch. Eine Runde werden wir nach draußen bleiben. Der ist auch noch an. Und jetzt gucken wir mal, was so drinsteht. Im Connersport-Auto. Aber schauen wir mal, wenn... ...steht's an. Na, gehen wir rein. Boxstubefenster NZ? Was ist das für eine blöde Information? NZ? Wir gehen in die Box. Es ist nicht fahrbar mehr, finde ich. So, am Windschatten, sorgen wir jetzt hier noch an George Russell dran. Das ist natürlich gut, wenn wir hier noch ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber dass wir hier mit dem Connersport-Racing-Team gegen die Mercedes kämpfen können, das zeigt halt schon mal, wie gut das Konzept ist, oder das Komplettpaket ist. Das ist echt sehr, sehr interessant. Jetzt gehen wir in die Box rein. Auch wenn wir Purple im Mittelsektor haben, ist das natürlich jetzt, ähm, ja, gut für uns. Trenn ein bisschen das runter. Nochmal rot. Nein, wir gehen auf gelb, oder? Fragen nach dem... Oder waren wir schon in der Box? Ich weiß nicht mal. Waren wir schon in der Box? Ich hab keine Ahnung. Mir wird ja gar nichts gesagt. Waren wir schon in der Box? Nein, okay. Oder? Waren wir schon in der Box? Ja, gehen wir mal weiter. Das Logo find ich auch sehr interessant. Ja, im letzten Zeitpunkt ein bisschen verkackt, aber es ist egal. So. Es macht halt ordentlich Spaß, das Konauto. Ich glaub, so fühlt sich auch ein Lohn so irgendwie. Äh, dass er jetzt endlich mal ein Auto hat, mit dem was man was machen kann. Aber wir waren es eben noch nicht in der Box. Sollten wir schon gewesen sein, müssen wir aber auch noch immer noch einmal, weil... Weil das ist, ähm, nicht tragbar. Also, ich halt keine vier Runden mehr mit dem roten Reifen aus. Obwohl, er sagt ja auch nichts. Also, nein, wir gehen nicht mehr in die Box. Da steht ja nur, schließt ihr das Rennen ab. Also, wir werden nicht mehr in die Box reingehen. Und ich denk mal, wir sind schon von gelb auf rot gegangen. Und werden... Und werden jetzt einfach mal um das Podium kämpfen. Ich glaub, da ist ein bisschen sehr feuerlich. Welche Schwierigkeit ist das denn bitte? Das ist viel zu einfach. Ich glaub nicht, dass es zu gedacht war. Ja, das sollte sich locker ausgehen. Und ich glaub auch, dass wir seins noch holen können. Könnte sich auch ausgehen. Was jetzt? Nein, der Sequenz, nein, bitte nicht. Ich hab so, ich hab so Schiss, was jetzt abgeht. Nein. 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 Oh, das ist sogar der deutsche Kommentator. Das ist, ähm, Sascha Roos. Roos, Roos. Sorry, ich schau ganz geil. Fuck, man. So bitte, das war Podiumskurs. Boah, der muss leider anhalten und wird, äh, das Ziel nicht sehen heute. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, durch das Ausscheiden von Jackson, kommt Devin Butler jetzt in eine Position, von der er aus Punkte für Connorsport holen kann. Bro, ich war auf Podiumskurs und du kämpfst auf den Zeitsplatz. Was ist das bitte, Mann? Was ist das? Alles okay, Aiden? Sieht gut aus bei ihm. Er kann ein paar Punkte für das Team holen. Aber da denkt doch keiner an das Team. Da denkt wirklich nur jeder an sich selbst. Schade natürlich. Dass das, ja, fuck, man. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Das kann nämlich sehr interessant werden. Gucken wir mal rein. Irgendetwas läuft immer schief. Hast du etwa nicht gesehen, was da heute los war? Aiden, du hast recht und ich kann das verstehen. Aber wir geben hier alle, was sich unvermesslich ist. Ja, das ist natürlich frustrierend. Das Auto ist nicht perfekt, aber... Andreo, das höre ich echt jedes Mal. Wie sieht das aus, wenn ich so einfache Punkte verliere? Klopf, klopf. Was ist denn hier los, Leute? Was geht ab? Was habe ich verpasst? Nicht jetzt, Devin. Aiden und ich besprechen das Problem mit dem Auto. Schon wieder? Ich dachte, das wäre geklärt. Ich, ich, hatte heute überhaupt keine Probleme. Ja, du bist auch nur um den zweiten Platz zum Schongang gefahren. Er ist voll, voll angerufen. Das ist so cool gemacht, wie bei Draft2's Arrive. Aber, es gab wohl keine Einigung, also kamen wir beide zu Connorsport. Glauben Sie, dass Aiden das zu schaffen hat? Natürlich. Das ist kein Geheimnis. In dieser Saison 22 war Jackson ein regelrechter Albtraum. Ich glaube, da verwechselt ein bisschen was. Zentrale. Zwischen den Story-Events kehrst du zur Zentrale zurück. Hier kannst du die neuen Nachrichten, dein Social Feedback und E-Mails überprüfen. Du kannst sogar Anrufe anderer Charaktere während Breaking Point 2 halten. Ein Charakter, den du hier in dieser zentrale Story ein kannst, wird von Besuch zu Besuch sich ändern und bietet jeweils eine andere Perspektive auf das Leben bei Connorsport. Leistung, Leistung, Ruf und Reaktionen auf deine Aktionen. Gut, also ich glaube, es macht dann auch wieder ein bisschen den Unterschied, wie man auf manche Sachen reagiert. Man darf ein bisschen eingreifen, das ganze Geschehen. Das ist ziemlich cool. Nachrichten, Social Media. Gucken wir da mal rein. Aiden, Jackson, Tim, Tierman, Mertuk, Aiden, Jackson, Kannen, Lerner. Okay, gucken wir mal, was Andreu zu sagen hat. Akzeptieren. Aiden, nur kurz zur Info. Die Crew hat uns gerade die neuesten Telemetriedaten übermittelt. Okay, aber dadurch erfahre ich auch nicht mehr, als ich schon weiß. Tu mir den Gefallen, ja? Zieh sie dir einfach an. Sag Bescheid, falls dir irgendetwas aufhört. Wir haben 1,4 Millionen Follower. Ich werde diese Probleme so schnell wie möglich für dich lösen. Sicher. Danke, Andreu. Nichts zu danken. Ich halte dir den Rücken frei, Aiden. Denk dran, was ich sagte, als du dem Team beigetreten bist. Ich werde dich nicht mehr lassen. Andreu ist eine Legende, muss ich sagen. Ich denke, man würde mir das ewig vorhalten. Jackson sollte vielleicht den Kriegwärtsgang erlegen. Das ist schwierig mit dem Auto. Devin steckt seine Nase auch überall rein. Ja, gerade ist ziemlich viel los. Aber wir sind ein Team. Wir schaffen das. Ich spreche mit Devin und sage ihm, du brauchst etwas Freiraum. Auf und abseits der Strecke. Ja, viel Glück damit. Gut, Social Media technisch ist cool. Man hat wieder ein paar YouTuber mit reingenommen mit Araba. Natürlich auch mit TommyT999. Aber auch mit ein paar anderen. Natürlich ein paar Reaktionen auf unseren Ausfall. Alles Pipapo. 1,4 Millionen Abonnenten haben wir schon. Aber wir sind ja auch jetzt Formel 1 Fahrer. Nachrichten. Wo sind die Telemetrie? Schwierige hier Zeit bei Cornersport. Vom Rivalen zum Kameraden. Das ist leider wahr. Und zum nächsten Kapitel. Nein. Anrufliste. Ah ja. Nein, das ist das auch nicht. Videosequenzen. Was ist das? Bisher im Breaking Point. Eine neue Ära. Missgeschick in Miami. Was ist das Problem? Es ist alles sehr interessant. Aber wo sehe ich da? Gehen wir mal zum nächsten Kapitel. Gucken mal, wie es da weitergeht. Aber das nicht heute, sondern das nächste Mal. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne neue Minuten um da. Und morgen geht es direkt weiter mit Kanada. Ich habe probiert, jetzt jeden Tag ein Video rauszuwerfen. Auch mein Team sollte dann starten. Abonniert unbedingt gerne für mehr. Lasst gerne neue Minuten um da. Und morgen sollte auch mehr kommen. Ich hatte heute ein paar technische Probleme. Mache ich mich mal ein bisschen größer als ich bin. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel. Lasst gerne neue Minuten um da. Und schaut gerne auf Social Media vorbei. iTunes-Gaming. Und auch gerne auf Instagram. Vielen, vielen Dank für den Support. Und Dankeschön. Bis morgen oder später auf TikTok. Und ciao. Oder auch hier. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.